Hi Leute, heute machen wir noch ein kurzes Video zum Kompagnon Modus, der jetzt in Genshin Impact mit 1.6 kommt. Und zwar gab es auf der englischen Seite dazu einen kleinen News Post, wie das Ganze dann aussehen wird. Ihr müsst halt eine Weltenquest absolvieren und dann könnt ihr eure Charaktere, die ihr habt, in die Teekanne erweitern. Die Charaktere seht ihr auf der Map tatsächlich angezeigt, wo die stehen. Damit wisst ihr halt immer, wo die sind. Und wenn ihr die da drin habt, könnt ihr Freundschaftsexperience bekommen. Das heißt, wenn ihr schon immer mal einen Charakter nicht unbedingt spielen wolltet oder mochtet, könnt ihr auch so mit der Teekanne demnächst das Freundschaftslevel langsam auf Stufe 10 ziehen. Und zwar, wenn du halt deine Teekanne-Claims, also deine Teekanne-Taler, dann bekommst du demnächst halt auch Freundschafts-Exp für die Leute, die in deiner Teekanne platziert sind, mit dazu. Das ist halt ganz cool gemacht. Und man kann mit denen wohl Unterhaltung führen. Und je nachdem, wie hoch eure Vertrauensstufe ist, also wenn die Vertrauensstufe höher ist, desto mehr Kompagnons, also Charaktere, könnt ihr in die Teekanne reinsetzen. Das Maximale, was drin war, war in dem 1.6 Video ja schon drin. Also das sah ja so aus, als ob das bis zu 8 hoch geht. 8 ist das Maximale. Und es gibt wohl auch neue Sets noch dazu. Und es steht jetzt immer bei Sets dabei, welche Charaktere die mögen. Und wenn ein Charakter halt so ein Set mag und ihr das aufgestellt habt, kriegt ihr so ein Belohnungsevent. Da kriegt ihr kurz ein paar Primo-Gems dabei, also Urgestein. Und der Charakter movt dann, wenn ich das richtig verstanden habe, zu diesem Set hin und ihr habt dieses Event. Also ist euer Ziel halt wirklich dabei, ihr setzt die Charaktere da rein, ihr versucht die Freundschaft damit zu erhöhen, wenn ihr möchtet. Ihr setzt dann die Sets, die der Charakter mag, holt euch euer Geschenk ab und ihr seid done. Soviel dazu. Ich hoffe, euch hat das kurze Video darüber gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact sehen möchtet, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich habe relativ viele Videos zu Genshin Impact und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal.